Hallo, YouTuber! Wir unterhalten uns heute über Quaternionen und Quaternionen sind deshalb interessant, weil sie ein paar besondere Eigenschaften haben. Aber erstmal, bevor wir auf die Eigenschaften zu sprechen kommen, sollten wir uns anschauen, was sie überhaupt sind. Denn was ist ein Quaternion überhaupt? Naja, ein Quaternion ist eigentlich eine ziemlich interessante Definition. Ein Quaternion ist eine Erweiterung der komplexen Zahlen. Das heißt, wir können uns nochmal aufschreiben, welche Mengen wir haben. Das ist einmal die Nullmenge, das ist so die kleinste Menge, die wir kennen. Eine etwas größere Menge sind natürlich in Zahlen, das sind die positiven Zahlen, die ganz sind. Dann hier die ganzen Zahlen, das sind alle ganzen Zahlen. Dann hatten wir da die Brüche, die rationalen Zahlen. Dann haben wir hier die reellen Zahlen. Dann hatten wir die komplexen Zahlen als Erweiterung der reellen Zahlen. Und jetzt gibt es darüber noch einen Raum. Und das sind diese Hamilton-Zahlen, wie sie auch genannt werden. Und das sind diese Quaternionen. Also Hamilton-Zahl und Quaternionen sind beides die gleichen. William Rowan Hamilton hat die in 1843 erfunden. Das waren ihre Mathematiker. Und der hat sich überlegt, hm, ich brauche irgendein Objekt, um mir Mechanik im dreidimensionalen Raum etwas plausibler zu machen. Und im Endeffekt hat er dann dafür diese Zahlen hier erfunden. Na ja, was haben diese Zahlen jetzt mit dem dreidimensionalen Raum zu tun? Sie haben was damit zu tun, insofern, dass sie folgende Eigenschaft haben. Ein Vektor, ein Vektorobjekt, ich mache mal einen Unterstrich dafür, um zu zeigen, dass es ein Vektorobjekt ist, wird folgendermaßen geschrieben. Es hat einmal einen ganz normalen Realteil, das ist hier A1, nenne ich das einfach mal. Dann hat es aber auch noch einen besonderen Teil, und zwar einen Imaginärteil, A2 mal I. Na ja, und er hat sich gedacht, hm, ein Imaginärteil ist langweilig, warum nehmen wir uns nicht mal drei Imaginärteile? Da wird das Ganze doch wieder spannend. Das heißt, hier haben wir einen zweiten Imaginärteil, A3 mal J, und einen dritten Imaginärteil, und zwar A4 mal K. Das heißt, hier vorne haben wir dann einen Vektor aus einer ganz normalen, reellen Zahl, einer imaginären Zahl, noch einer zweiten imaginären Zahl und einer dritten imaginären Zahl. Und wir sagen auch, dass alles sind imaginäre Zahlen. Wir haben folgende Sache, wir haben I² ist gleich Minus 1, das kennen wir. Aber wir sagen, J² ist auch Minus 1, und K² ist auch alles Minus 1. Das ist alles das Gleiche und alles Minus 1. Wir können daher aber von hier aus nicht sagen, ob J gleich plus die Wurzel aus Minus 1 ist, und K die plus die Wurzel aus Minus 1 ist. Wir können nicht sagen, J ist gleich K. Das können wir hier nicht sagen. Das ist eine Sache, auf die man ganz, ganz doll achten muss. Ich kann euch sogar zeigen, was passiert. Vorher wollen wir aber noch eine andere Sache sagen, und zwar noch die wichtigste dieser Identitäten, und zwar das Produkt von I, J und K soll auch Minus 1 sein. Und jetzt wird diese Gleichung sozusagen lösbar, in Anführungsstrichen, aber wir können, also nicht selber lösbar, sondern wir können die Sachen nacheinander auflösen. Das heißt, wir können zum Beispiel K durch eine Kombination von I und J uns weiter ausdrücken. Und jetzt würden die einfach sagen, ja, ich teile hier durch K, und dann habe ich hier K gleich I, J stehen. Und, ja, das möge man annehmen, aber das funktioniert nicht immer. Zum Beispiel, wenn wir das bei dem J versuchen würden, würden wir da was Falsches rauskriegen. Aber bevor ich jetzt zu weit nach vorne gehe, sage ich erstmal, wie man das überhaupt beweisen kann, was die einzelnen Identitäten sind. Wir können einmal diese hintere Gleichung, das ist sozusagen unsere Mega-Gleichung, die können wir zum Beispiel mal mit K multiplizieren. Das heißt, da haben wir da Minus K stehen, und das ist dann I, J und K Quadrat. K Quadrat wissen wir aber, das ist Minus 1. Das heißt, Minus K ist Minus I mal J. Und da sehen wir direkt, K ist Minus I, J. Natürlich kommt hier mal Minus 1 hin, und dann ist da Plus. Ich wollte schon gerade sagen, habe ich hier auf einmal Mathematik neu erfunden. Nein, ich habe nur ein Minus 1 vergessen. Das heißt, K ist hier gleich I mal J. Plus I mal J. Das heißt, da würde das noch funktionieren, dass wir einfach durch K teilen, wie man es vielleicht auch erwarten würde, dass es einfach so funktioniert. Nun, machen wir mal weiter und gucken wir uns das Ganze mal an mit irgendeiner anderen Zahl. Multiplizieren wir das Ganze zum Beispiel mit J, hier vorne diese Gleichung, hier vorne mit J. Dann haben wir hier ein I stehen, mal eine Minus 1, das kann ich auch als Minus I schreiben. Und hier vorne haben wir ein K multipliziert mit einem J stehen. Hm, hm, wenn ich das oben jetzt einfach mal mit einem I multipliziere, diese Gleichung hier oben, dann steht da Minus I ist gleich Minus, äh, mal I, also I mal I ist Minus 1 und dann J K. Minus I ist gleich K J. Minus I ist gleich Minus J K. Das heißt, K J muss Minus J K sein und damit ist K mal J gleich 0 und damit muss K gleich 0 sein oder J gleich 0 sein. und da das Quadrat davon das gleiche ist, sind alle diese Zahlen 0. Äh, leider nicht, wenn es doch so einfach wäre. Was wir hier gerade gezeigt haben, ist, dass, ähm, das Kommutativgesetz, eins der grundlegendsten Gesetzen bei der Multiplikation von reellen Zahlen und komplexen Zahlen, dass das hier einfach gar nicht mehr gilt. Das Kommutativgesetz selber, dass wir einfach sagen können, K J und J K vertauschen wir, geht hier nicht. Stattdessen sind die hier sogar Antikommutativ. Das heißt, wenn wir die vertauschen, kommt da ein Minuszeichen vor. Und das ist bei allen Identitäten, ich kann sie mal alle hinschreiben, wie man sich alle irgendwie herleiten kann. Wir haben zusätzlich, also wir haben K J, wir haben I J, dann haben wir, äh, haben wir I K und I J zum Beispiel ist K und I K zum Beispiel ist Minus J und dann haben wir nicht nur Minus J K, sondern, also wir haben J K, wenn wir das Minus hier vorne nochmal multiplizieren, haben wir hier das J K stehen und dann haben wir nochmal das J I und wir haben nochmal das K I. J I ist, ähm, Minus K und das K I ist J. Das heißt, hier vorne haben wir jetzt die ganzen Möglichkeiten, die einzelnen, äh, imaginären Einheiten durcheinander auszudrücken. Und ihr seht, das ist, äh, das ist eine, eine krasse Sache hier vorne, die, die einmal ist ein Minus, einmal ist ein Plus und, ähm, deswegen, meistens nimmt man sich einfach die Tabelle nochmal, legt man sich irgendwo daneben und jedes Mal, wenn man so ein Produkt hat, guckt man sich, wie man das ineinander umformen kann. Interessant ist aber, dass jedes mögliche Produkt also, was mehr als eine imaginäre Zahl drin hat, kann durch eine einzige imaginäre Einheit ausgedrückt werden. Das heißt, egal wie viele imaginäre Zahlen wir miteinander multiplizieren und reelle natürlich, der oberste Teil ist ja reell, egal wie viele wir dann miteinander multiplizieren, es macht keinen Unterschied, weil, äh, wir können das alles wieder auf einen einzigen Vektor zurückführen, auf eine einzige Kombination von I, J und K. Was wir hier haben, ist also keine einfache Erweiterung, sondern, was wir hier haben, stattdessen, ist ein sogenannter Vektorraum, und zwar eigentlich hier, der Hamilton-Raum. Der Vektorraum, dieser Hamilton-Raum hier vorne, hat verschiedene Operationen. Einmal plus, einmal mal, und einmal mal. Jetzt fragt ihr euch, äh, 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 Einmal mal? Und einmal mal? Bist du jetzt irgendwie vollkommen verrückt geworden? Nein, bin ich nicht. Das eine hier vorne, ist eine skalare Multiplikation, das heißt, mit irgendeiner reellen Zahl, zum Beispiel der reellen Zahl 3, und das andere hier vorne, ist eine Quaternion, Quaternion-Multiplikation, und, äh, natürlich kann man aus der Quaternion-Multiplikation die Skalar-Multiplikation ableiten, sonst wäre es ja ein bisschen schwachsinnig, weil man die Skalare als Teil von Quaternion darstellen kann. Das heißt, wenn wir eine reelle Zahl haben, und wir wollen die als Quaternion darstellen, dann haben wir einfach hier, äh, x Element r, entspricht einem, äh, folgenden Vektor, und zwar einfach dem Vektor x, 0, 0, 0. Wo die Imaginärteile 0 sind. Interessant ist auch, dass wir eine Zahl z Element komplex, a, so, c, soll schon ein richtiges c sein, können wir auch als entsprechendes machen, und zwar, äh, die soll man a, also z ist a plus i mal b, kennen wir alle, und dann machen wir hier einfach a, b, 0, 0 hin. Und schon haben wir hier wieder, äh, komplexe und reelle Zahlen ausgedrückt, durch diese Hamilton-Vektoren. Die Frage ist jetzt nur, die große Frage ist nur, ähm, können wir, jetzt auch, die, die Konsistenz beibehalten, das heißt, wenn wir eine komplexe Zahl, so in einen Hamilton-Vektor reinschreiben, und dort die Quaternen-Multiplikation benutzen, bleibt das dann, die Multiplikation der, komplexen Zahlen, oder, kriegen wir da auf einmal einen Zusatzsterm, der eigentlich gar nicht da sein dürfte, oder wenn wir zwei reelle Zahlen miteinander multiplizieren, ist das dann so, wenn wir das in diesem Raum machen, kriegen wir dann das Richtige raus, oder kriegen wir das Falsches raus? Um das zu klären, müssen wir uns diese Operation erstmal anschauen, die Skalar-Multiplikation, die Quaternen-Multiplikation, und die Addition. Bevor wir aber dazu kommen, will ich nur mal eben ein Beispiel geben, für eine andere Operation, die auch antikommutativ ist, und zwar das sogenannte Vektor-Produkt, zwischen dem Vektor A und dem Vektor B, wenn wir diese, wenn wir diese Zahl hier vorne vertauschen wollen, oder diesen Vektor vertauschen wollen, dann ist das der negative, vertauschte Vektor, weil der Vektor, den wir durch B kreuz A erhalten, genau in die andere Richtung zeigt, als der Vektor, den wir durch A kreuz B erhalten. Und das ist doch zum Beispiel mal eine interessante Sache, dass wir dadurch sozusagen, hier auch ein Minus kriegen. Das heißt, dass hier vorne die Multiplikation antikommutativ ist, ist vielleicht gar nicht mal so uneingebig. Müssen nur die einzelnen Zahlen hier vorne, I und J und K, vielleicht gar nicht mehr so als Zahlen wirklich betrachten, sondern vielleicht mehr als mathematische Objekte. Und bei mathematischen Objekten kann es durchaus schon mal vorkommen, dass die Multiplikation nicht mehr einfach kommutativ ist, sondern halt antikommutativ oder gar nicht kommutativ. Antikommutativ ist nur ein verrücktes Wort dafür, dass es bei der Kommutativität einfach ein Minus davor kommt, sozusagen. Gucken wir uns nun mal an, wie die Addition von zwei solchen Vektoren definiert ist. Die Addition von zwei solchen Vektoren ist eigentlich noch das Einfachste, nicht das Einzige, sondern das Einfachste. Wir haben einen Vektor A, der hat A1, A2, A3, A4 und die einzelnen Teile hier vorne haben ihr I, J, K. Normalerweise schreibt man diese I, J, K noch nicht weiter hin, weil man weiß, dass in der zweiten Zeile das I stehen müsste, in der dritten Zeile das J, in der vierten Zeile das K. Ich werde es hier einfach mal noch hinschreiben, einfach nur der Deutlichkeit wegen. und dann haben wir hier vorne einen Vektor, der ist einfach B1, B2, B3 und B4 und wieder, ich schreibe es einfach nur noch mal hin, damit wir uns daran erinnern, das sind I, J und K. Und wenn wir die beiden addieren wollen, dann was wäre der logischste Weg, die beiden zu addieren? Naja, versuchen wir es einfach mal wie bei den reellen Zahlen, nur halt in jeder Spalte einmal. Das heißt, oben fangen wir an mit A1 plus B1. Dann haben wir hier A2 plus B2, jeweils multipliziert mit dem I. Das heißt, das I können wir hier ausklammern. Und das ist eine ganz interessante Sache, denn eine der wichtigsten Bedingungen für eine Addition, definiert für irgendeinen Vektorraum, ist, dass die Addition hier vorne ein neues Element meines Vektorraums bringt. Das heißt, wenn hier auf einmal ein J drin stände, dann wäre das hier ein K-Vektor in der zweiten Zeile und da müsste eigentlich ein I-Vektor drin sein. Das heißt, das wäre unschön. Das heißt, hier ist es ganz gut, dass hier alles noch richtig funktioniert. Das heißt, wenn da einfach plus irgendwas mal J stehen, würde, das wäre schlecht. So ist es aber eigentlich ganz gut. Wir können einfach zeilenweise die einzelnen Werte addieren und haben dann wieder den I-Vektor, den J-Vektor und den A4 plus B4, den K-Vektor, den K-Teil. So, jetzt die Frage, also addieren ist schon mal ganz leicht. Das ist schon mal eigentlich eines der leichtesten Übungen. Jetzt ist die Frage, wie multipliziert man das Ganze? Und da ich gesagt habe, aus den Quaternenmultiplikationen kann man sich die Skalarmultiplikation herleiten, werden wir uns als erstes einfach mal die Quaternenmultiplikation anschauen. Und dazu werde ich den Vektor etwas anders schreiben. Und zwar werde ich den einfach mal ausschreiben. Und zwar so, wie er eigentlich ausgeschrieben werden sollte. Hier oben, ich habe ja gesagt, das ist nur zur Verdeutlichung hier. Eigentlich stehen diese hinteren Werte hier gar nicht drin. Wie gesagt, nur zur Verdeutlichung. Das heißt, so kann man den Wert aber auf jeden Fall schreiben. A3 mal J plus A4 mal K. Und das ganze Ding wollen wir jetzt in Klammern setzen und multiplizieren mit irgendeinem zweiten Vektor. Und den schreibe ich mal hier rüber, am besten in Rot. Das soll der Vektor B1 plus B2 mal I plus B3 mal J plus B4 mal K sein. Was wir da jetzt machen, ist, wir multiplizieren das einfach mal aus, als wären das einfach ganz normale Klammern, einfach ganz normale reellen Zahlen. Das heißt, wir haben A1 mal B1, dann haben wir A2 mal B2 mal I Quadrat, A3 mal B3, J Quadrat plus A4 mal B4 mal K Quadrat. Jetzt habe ich leider noch mal vergessen, dass wenn ich eine Klammer ausmultipliziere, dass ich da nicht nur das Erste mit dem Ersten, sondern auch das Erste mit dem Zweiten, das Erste mit dem Dritten, das Erste mit dem Vierten und so weiter alles ausmultiplizieren muss. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, welche anderen Terme das Erste noch hat. Das heißt, da kommt noch dazu, dass das Erste mit dem Zweiten multipliziert werden muss. A1, B2 mal J, dann A1 mal B3, äh, B2, B3 hat ein I, Entschuldigung, I, B3 hat aber ein J und B4, also A1 mal B4, das ist hier ein K. Und dann machen wir das Ganze mit A2 mal I. A2 mal I mal B2 haben wir hier schon. Das heißt, A2 mal B1 haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht A2 mal, also kommt noch ein I hin, wir haben noch nicht A2 mal I mal B3 mal J. Das heißt, A2 mal B3 mal I, J. Was wir auch noch nicht haben, ist ein A2 mal I mal B4 mal K. Das heißt, A2 mal B4 mal I, K. Und wie gesagt, ich darf hier I und K, darf ich hier nicht einfach so umdrehen. Das heißt, wenn ich jetzt das nächste mache, kriege ich jetzt hier die A3s alle hin. Das heißt, A3 mal B1 mal J. Dann kriege ich jetzt A3 mal B2 mal J. Und dann hier ein I. Das heißt, hier aufpassen, das ist J mal I, das ist nicht I mal J. Und hier A3 mal B4, weil B3 habe ich hier oben schon. Und das mal J mal K. Und zum guten Schluss kommen wir jetzt noch zu den A4s. Die A4 mal B1 mal K plus A4 B2 mal K. Und dann B2 hat hier ein I. Und zum guten Schluss A4 mal B3 mal K, J. Und das K² habe ich hier oben schon. Das heißt, die oberen Sachen sind alle relativ einfach. Das ist einfach irgendeine reelle Zahl. Und zwar kann ich die auch mal ausschreiben. Und das oben ist einfach B1 minus A2 B2 minus A3 B3 minus A4 B4. Wo ich einfach benutzt habe, das sind alles imaginäre Zahlen. Das heißt, die zum Quadrat muss immer minus 1 sein. Das heißt, da habe ich einfach immer Minuszeichen hingeschrieben. Jetzt die Frage, was ist mit den restlichen? Und in den restlichen ist das eigentlich ganz interessant. Hier vorne habe ich ein paar Mal einfach nur ein I zum Beispiel. Das ist ja schon mal mäßig interessant. Viel interessanter ist aber, dass ich manchmal auch zum Beispiel ein Jk habe. Und wenn ich mein Jk berechne hier oben mit, Jk ist zum Beispiel plus I. Das heißt, das Jk hier vorne kann ich durch ein plus I ersetzen. Und damit habe ich hier ein I. Damit habe ich hier ein I. Damit habe ich hier ein I. Und hier vorne habe ich ein Minus I. Und das sind alle I's, die ich sozusagen finden kann. Das heißt, ich kann ja mal alle I's hinschreiben und dann das I ausklammern. Das heißt, das ist also A1 B2 plus A2 B1 plus A3 B4. Und jetzt aufpassen, der letzte Teil ist Minus. Das heißt, Minus A4 B3. Und das Ganze insgesamt mit dem Vektor I multipliziert. Dann als nächstes gucken wir uns an, wo wir die J's finden können. Einmal hier ein J. Einmal haben wir hier ein J. Und jetzt die Frage, I und K, in welcher Reihenfolge werden sie zum J? Und wir sehen, I mal K wird zum Minus J. Das heißt, hier haben wir ein Minus J. Und hier haben wir ein Plus J. Das heißt, was wir dann aufschreiben können, fangen an mit A1 B3 plus A3 B1. Das hier links sind Pluszeichen, nur dass man sich da nicht vertut. Dann das hier war noch ein Plus. Und das andere war ein Minus. Das heißt, Minus A2 mal B4. Und dann haben wir hier ein Plus A4 mal B2. Das Ganze mal J. So, jetzt gucken wir uns an, wo haben wir denn unsere Ks? Hier vorne haben wir ein K. Hier haben wir ein K. Hier haben wir ein K. Und hier haben wir ein K. Es ist doch die Frage, ist IJ plus K oder ist JI plus K? Und IJ ist plus K. Das heißt, IJ ist das Positive. JI ist das Negative. Das heißt, wir gehen einfach wieder durch. Wir haben wieder A1 mal B4. Und dann haben wir jetzt hier Minus. Und dann haben wir hier, also IJ ist hier vorne das K. Aber JI ist das Minus K. Das heißt, Minus A3 B2. Und dann haben wir noch A2 B3. Und zum guten Schluss noch A4 B1. A4 B1 mal K. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann haben wir hier kein Term mehr, der üblich bleibt. Das heißt, was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben den dicken, fetten Multiplikationsvektor einmal ganz fertig ausgeschrieben. Und so ist die Definition der Multiplikation von Quaternionen. Und was wir sehen, ist, wir haben einen Realteil, wir haben einen I-Teil, wir haben einen J-Teil und wir haben einen K-Teil. Das heißt, das Ding hier ist wieder ein Element unserer Quaternionen. Das ist eine wichtige Sache, weil Multiplikation in diesem Vektorraum sollte hoffentlich auch wieder ein Teil des Vektorraums sein. Warum? Weil wir sonst bei den komplexen Zahlen, wenn wir die multiplizieren, auch danach nicht mehr im Vektorraum landen würden. Wenn wir die Skalare multiplizieren würden, würden wir danach auch wieder nicht im Vektorraum landen. Apropos Skalar. Was ist jetzt mit der Skalarmultiplikation, die ich versprochen habe? Naja, wenn wir die Skalarmultiplikation uns anschauen, dann müssen wir einfach nur B1 gleich 1 setzen und alles andere gleich 0. Das heißt, dann haben wir A1 B1, A2 B1, A3 B1 und A4 B1. Und die sind alle positiv. Das heißt, was wir dann haben, ist einfach nur, wenn wir Alpha multiplizieren mit irgendeinem Vektor hier, A1, A2, A3 und A4. Ich schreibe jetzt hier die IJs und Ks nicht nochmal hin, weil man das eigentlich nicht macht. Und was dann passiert ist einfach, das Alpha kommt hier bei jedem Ding rein. Alpha A1, Alpha A2, Alpha A3 und Alpha A4. Das heißt, was wir jetzt haben, ist, wir haben ein wunderschönes Quaternionprodukt und wir haben wunderschönes Quaternionsskalarprodukt und wir haben wunderschön eine Addition. Das heißt, wir haben schon mal einen Vektorraum und wir haben hier vorne auch noch so eine wunderschöne Multiplikation. Jetzt gibt es aber eine interessante Sache. Multiplizieren wir mal den Vektor 0, 0, 1, 0 mit dem Vektor und jetzt nehme ich einfach mal 0, 0, 0, 1. Und was wir da rauskriegen, ist, naja, das hier ist einfach 0 mal 1, dann 0 mal I, das ist hier ein J und das hier ist ein K. Das heißt, was wir haben, ist einfach nur J mal K. Das ist hier vorne einfach, wo haben wir es? Da vorne, I. Das heißt, das hier vorne ist einfach nur 0, 1, 0, 0. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir das andersrum machen? 0, 0, 0, 1 multiplizieren wir mal mit 0, 0, 1, 0. Und was wir da rauskriegen, ist auch ganz interessant. Da haben wir ein K mal ein J und das Ganze ist Minus I. Das heißt, was wir da rauskriegen, ist 0, Minus 1, 0, 0. Und da sieht man direkt, bei der Multiplikation von solchen Quaternionvektoren, die ist nicht kommutativ. Die darf man auf keinen Fall einfach so umdrehen. Die hat eine Richtung, diese Multiplikation. Wir können bei Gleichungssystemen also entweder was von rechts ran multiplizieren oder von links. Aber es macht einen Unterschied, ob wir es von rechts oder von links ran multiplizieren. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Ah, und bevor ich es vergesse, na, ich vergesse gerne Sachen. Was wir uns auch noch anschauen können, ist natürlich nicht nur hier von skalaren Sachen, das ist ja einfach, aber von komplexen Zahlen. Das heißt, dort haben wir ein A1, B1 und ein A2, B2. Und bei komplexen Zahlen sieht das Ganze so aus, dass wir A1, B1 minus A2, B2 haben, als erstes. Und als zweites haben wir dahinter noch einen anderen Term. Und der ist dann einfach A1, B2 und A2, B1. Und wir gucken mal, ob wir das hier wiederfinden. A1, B2, A2, B1. Ja, genau da ist er. Und der Rest, A3, A4 und so weiter, ist alles 0. Das heißt, das alles hier andere fällt hier weg. Das heißt, da haben wir dann wirklich nur das stehen, was wir bei imaginären Zahlen auch wirklich erwarten. Das heißt, da sehen wir wirklich, die imaginären Zahlen sind wirklich ein Teil der Quaternionen. Die Quaternionen sind da ein bisschen rüber gebaut sozusagen. Das ist eine Erweiterung davon. Genauso gibt es übrigens auch für Quaternionen eine komplexe Konjugation. Während wir, wenn wir ein Quaternion haben und der ist einfach A1 plus I mal A2 plus I mal J mal A3 plus K mal A4. Wenn wir so ein Quaternion haben, können wir davon auch das komplex Konjugierte nehmen. Man macht das manchmal mit Sternchen, manchmal macht da einen Strich drüber. Was man auf jeden Fall da rauskriegt, ist A1 minus I mal A2 minus J mal A3 minus K mal A4. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir auch, dass das auch bei den komplexen Zahlen einfach nur der vordere Teil hiervon war. Auch noch eine wunderbare Sache übrigens bei diesem Produkt hier vorne ist, dass man das auch noch durch Skalare und Vektoren ausdrücken kann. Und wir können ein Quaternion hier vorne, was wir hier als einfach nur einen Vektor ausgedrückt haben, können wir auch noch anders ausdrücken. Und zwar können wir das auch noch ausdrücken, indem wir sagen, wir haben hier vorne einen Realteil Alpha und hier unten einen Vektor. X nenne ich den Alpha, weil das ist irgendein komplexer Vektor mit einzelnen Komponenten, I, J und K. Und wenn wir die beiden addieren, Alpha plus Beta mal Y, nicht durch Y, sondern Beta Y, das ist ein Vektor, dann kriegen wir hier zum Beispiel raus, dass das Alpha plus Beta ist und hier vorne kriegen wir ein X plus Y raus. Und das ist genau das, was wir hier vorne aussehen. Alpha plus Beta, X plus Y als Vektor. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist dann die Multiplikation definiert? Und die Multiplikation sieht da ganz lustig aus eigentlich. Ich kann dir mal hier neben schreiben. Alpha und ein X-Vektor, das ist der Komplex-Vektor. Und das multiplizieren wir jetzt einfach mal mit einem Beta und einem Y-Vektor. Nicht Beta durch, sondern Beta und einem Y-Vektor. Und was da rauskommt, ist sehr interessant. Zuerst mal kommt da Alpha mal Beta raus. Das ist einfach A1 mal B1. Alpha, Beta. Und dann ziehen wir A2, B2, A3, B3 und A4, B4 ab. Und falls das irgendjemandem auffällt, ist das genau das Skalarprodukt von X und Y, was wir da abziehen. Wobei X der Vektor ist A2, A3, A4 und Y ist der Vektor A2, B3, B4. Meine Güte, schwer zu sprechen. Interessanter noch ist aber der untere Teil hier vorne. Zuerst mal haben wir einen Teil, wo ganz viele A1 drinstehen. Das heißt, irgendein Reellteil, unsere reelle Zahl, multipliziert mit dem Vektor B2, B3, B4. Das heißt, das ist schon mal unsere reelle Zahl Alpha multipliziert mit unserem Vektor Y. Mit den Bs. Und B1 ist multipliziert mit A1, A2 und leider bis hier hinten hingeschrieben A4. Das heißt, B ist multipliziert mit dem A-Vektor. Also mit dem X-Vektor in unserem Fall. Das heißt, B ist multipliziert, oder Beta, sollte ich ja sagen. Beta ist multipliziert mit dem X-Vektor. Jetzt haben wir aber noch einen zusätzlichen Teil. Und zwar haben wir noch diese übrigen, die hier noch übrig sind. Das sind, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wo ich die Linie ziehe. Hier vorne, diese Dinger sind es. Und falls es jemandem auffällt, das bezweifle ich jetzt schon fast, sieht man, dass das hier vorne ist das sogenannte Vektor-Produkt, das Kreuz-Produkt. Das hier vorne ist X2Y3 minus Y3Y2. Das hier vorne ist minus X1X3 plus X3X1. Und hier vorne halt dementsprechend alles genau, was zum Vektor-Produkt passt. Und das können wir auch hier hinschreiben. Das heißt, das hier vorne ist das Vektor-Produkt, und zwar von X-Kreuz-Y. Weil hier Kreuz-Produkt oder Vektor-Produkt, oder wie auch immer ihr das nennt, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass ihr euch das auskennt. Das heißt, wir haben gesehen, zwei Quaternionen kann man so multiplizieren, indem man das Ganze auch durch ihre Realteile und ihre Vektoren ausdrückt. Auch eine sehr, sehr interessante Sache. Zu guter Letzt wollen wir uns nochmal eine ganz wichtige Sache anschauen, die auch bei Vektoren wichtig ist. Und zwar haben wir ja hier schon das Komplex-Konjugierte definiert. Die Frage ist natürlich auch, was ist der Betrag eines Vektors? Und das ist bei diesem Quaternion auch sehr interessant. Die Norm oder den Betrag eines Vektors kann man hier auch ausdrücken. Und zwar ist der Betrag oder die Norm eines Vektors hier vorne einfach definiert durch die Wurzel aus dem Skalarprodukt der beiden. Das heißt, A, aber hier multipliziert im Skalarprodukt mit einem A-Sternchen. Beziehungsweise einfach nur im Quaternionen-Produkt. Ich sollte es nicht Skalarprodukt nennen, weil das ist ja was anderes. Also hier einfach im Quaternionen-Produkt zu A hier vorne. Das heißt, was wir dann haben, ist eine Wurzel aus A1² plus A2² plus A3² plus A4². Und wie komme ich darauf, dass das Produkt von diesen beiden hier vorne so aussehen sollte? Naja, ich habe einmal hier vorne A1, was positiv bleibt, und A2 dreht das Vorzeichen um. A3 und A4 dreht bei allen das Vorzeichen um. Das heißt, wenn ich mir hier vorne die Quaternion-Multiplikation angucke und ich sage B2 ist minus A2, B3 ist minus A3, B4 ist minus A4 und A1 ist A1, dann kriege ich da genau raus, das hier ist A1², dann ist das hier A2², weil hier ein Minus herkommt, dann ist das hier A3², weil hier ein Minus herkommt, das hier ist A4², weil hier ein Minus herkommt. Das heißt, die werden alle addiert. Und dann müsste hier nur noch alles rausfliegen in diesen anderen Teilen. Das heißt, wir gucken uns mal an, ob da alles rausfliegt. Hier vorne haben wir A1, B2, also vom B kommt ein Minuszeichen her, das heißt, dort haben wir minus A1, A2. Hier vorne, B1 hat aber kein Minuszeichen, weil das ist ja das erste Teil. Das heißt, A1, B2 ist negativ, A2, B1 ist genau das gleiche, nur positiv, das heißt, das kürzt sich weg. Hier vorne steht minus A3, A4, weil das ist ja minus A4. Und hier vorne kommt nochmal ein Minuszeichen her, das heißt, das ist das ganze Minus, das ist das ganze Plus und das ganze kürzt sich weg. Und das gleiche kann man dann auch hier unten fortfahren, wo man dann sich anguckt, hier zum Beispiel das hier ist das Negative hiervon, weil hier vorne das B1 ist. Und dann sieht man auch zum Beispiel, dass hier vorne haben wir auch ein B4, hier vorne B2, das heißt, die beiden sind auch negativ zueinander, kürzen sich auch weg. Hier vorne haben wir auch das B1, das B3, das heißt, von B3 kommt Minus, hiervon kommt kein Minus, kürzt sich weg. Und hier vorne kürzt sich auch weg, das heißt, es kürzt sich alles insgesamt weg. Wir haben eine reelle Zahl übrig und von dieser reellen Zahl, von der wir auch noch wissen, dass sie positiv ist, weil das hier alles Quadrate sind, nehmen wir dann eine Wurzel. Das heißt, die ist auf jeden Fall definiert und die ist auf jeden Fall größer gleich 0. Man kann jetzt auch noch durch lange, schwere, trostlose Überlegungen zeigen, dass wenn ich ein Quaternion A und Quaternion B multipliziere, davon die Norm nehme, dass dann das gleiche ist, als würde ich die Norm von A nehmen und dann die Norm von B nehmen. Aber das wäre sehr viel Multiplikationsarbeit, deswegen übernehmen wir die Formel einfach mal. Interessant ist, dass man auch noch da ein paar Matrizen zu schreiben kann und daher dieses Produkt hier unten hernehmen kann. Das will ich euch aber wirklich nicht antun, das wäre wirklich umständlich. Was wir aber auch noch machen können, ist, wir können uns anschauen, dass es sogenannte Einheitssektoren gibt. Das sind dann die Unit Quaternion auf Englisch oder heißen auch Versoren und das ist einfach hier vorne das Quaternion geteilt durch den Betrag des Quaternions. Das heißt, das ist dann zum Beispiel Quaternion durch 5 und dann stehen da die Werte, aber sie addieren sich sozusagen alle mit dieser Wurzelformel hier vorne zu 1. Zum Beispiel der Vektor, die ich mir jetzt gerade mit 5 Jahren lang Überlegungen ausgedacht habe, nein, eigentlich ganz kurz, Vektor 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 ist ein Versor oder ein Einheitsquaternion. Und warum? Naja, wenn ich das quadriere, habe ich hier ein Viertel und dann nochmal ein Viertel, dann nochmal ein Viertel, dann nochmal ein Viertel. Das sind vier Viertel insgesamt, das ist 1, die Wurzel aus 1 ist 1. Das heißt, die Wurzel daraus ist 1, das heißt, er ist eine Einheitslänge. Das heißt, wenn ich irgendeinen Vektor habe, durch seine Länge teile, dann könnte er zum Beispiel so aussehen. Was hätte ich dann zum Beispiel am Anfang für einen Vektor gehabt? Nein, ich hätte zum Beispiel einen Vektor 1, 1, 1, 1 gehabt, der hätte ich hier 1 Quadrat plus 1 Quadrat plus 1 Quadrat plus 1 Quadrat gehabt. Das wäre 4, die Wurzel aus 4 ist 1,5, äh, 2, Entschuldigung, nicht 1,5. Was wir dann aber rauskriegen, ist genau dieser Vektor hier oben. Das hier ist dann ein Einheitsvektor. Das heißt, durch diese Beteilung, durch den Betrag, können wir es zu einem Einheitsvektor normieren. Das heißt, deswegen nennt man das Ganze auch die Norm. Eine interessante Identität, die man mit diesen Quaternionen beweisen kann, ist, dass wenn wir das Inverse-Element haben wollen, zu irgendeinem Vektor q, dann müssen wir das q, ähm, q konjugiert durch den Betrag von q zum Quadrat teilen. Und das hat was damit zu tun, dass wenn wir, wenn wir den Betrag von q zum Quadrat haben, ist das q mal q konjugiert. Das heißt, wenn wir dann durch q teilen, haben wir hier, also, ich kann es mal hinschreiben, wir haben hier vorne stehen, das Betrag von q zum Quadrat ist gleich q mal q konjugiert. Und, das heißt, wenn wir jetzt hier durch q teilen, so, da wollte ich noch Unterstrich jetzt sonder machen, dann haben wir hier q hoch minus 1 und dann teilen wir noch durch q Quadrat den Betrag davon. Dann haben wir hier auf der anderen Seite stehen q konjugiert durch den Betrag von q zum Quadrat. Das heißt, das ist dann eine Möglichkeit, mit der wir solche Inverse-Elemente finden können. Weil Inverse-Elemente einfach so zu finden, ist absolut, absolut krank schwer. Und deswegen ist das hier eine wunderbare Formel, mit der wir ganz einfach Inverse-Elemente finden können. Das heißt, ähm, nun können wir, ähm, durch, äh, Elemente teilen. Interessant ist aber folgendes. Wir schreiben hier eindeutig nicht 1 durch q. Das schreiben wir eindeutig, das mache ich jetzt mal mit weiß, schreiben wir es nicht, zack, durchgestrichen. Auf keinen Fall. Das ist ganz, ganz, ganz falsch. Warum ist das ganz, ganz, ganz falsch? Die Antwort ist ziemlich simpel. Wir rechnen p mal das Inverse-Elemente von q, das heißt ein Quaternion mal ein anderes Quaternion, dann würden wir sagen, das ist p durch q. Jetzt rechnen wir q mal p und wir würden sagen, das ist, äh, q minus 1 mal p, das ist 1 durch q mal p. Also ist das p durch q oder nicht? Das ist p durch q, das ist p durch q. Naja, das Problem ist, das obere ist gleich minus dem unteren. Und das ist natürlich eine problematische Sache, wenn wir das so definieren wollen. Das heißt, wir können gar nicht p durch q schreiben, weil p durch q gleichzeitig das Negative von p durch q wäre. Und das ist einfach nur Schwachsinn. Dann wäre das nämlich immer 0, dann wären alle Zahlen 0 und das wäre einfach nur Schwachsinn. Um eine andere coole Sache von Quaternion zu beweisen, bin ich mal eben hier hochgesprungen und will mal eben was angucken. Und zwar will ich, dass ein Quaternion A mal, oder ich sollte hier lieber einfach mal, einfach so hinschreiben, mal ein Quaternion B. Oder ich nehme hier lieber Quaternion A mal Quaternion A selbst. Dieses Produkt von Quaternion A mal Quaternion A selbst, dieses Produkt hier vorne, das soll der Quaternion sein, und zwar minus 1, 0, 0, 0. Das ist ja eine Sache, die ich fordern kann. Ich gucke mir einfach an, wo das Produkt von diesen beiden Vektoren hier vorne minus 1 ist. Was ich dann hier vorne, wo ich darauf achten muss, ist, dass ich die, Entschuldigung, die anderen Indizes muss ich ja hier 0 setzen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze angucken, wäre das hier 1, 0, 0, 0. Und das gibt mir ein paar Bedingungen, die ich aufschreiben könnte. Zum Beispiel kürzen sich hier diese Teile immer weg, wenn wir da plus A3 mal B4 haben und dann A4 mal B3. Aber wenn wir jetzt sagen, B4 ist A4 und B3 ist A3, dann haben wir hier stehen A3 mal A4 minus A4 mal A3. Das heißt, der Teil wird sich wegkürzen, der Teil wird sich wegkürzen und der Teil wird sich wegkürzen. Das heißt, übrig bleiben immer diese anderen Teile, bzw. der Teil hier schon, wird sich wegkürzen. Übrig bleiben dann immer die anderen Teile. Und die anderen Teile ergeben uns dann insgesamt folgendes Gleichungssystem. Einmal der oben, der Imaginärteil, A², also A1² minus A2² minus A3² minus A4² ist gleich minus 1. Dann gehe ich ein bisschen runter. Dann schreibe ich hier 2A mal B ist gleich 0. Also A mal B, nicht A1 mal A2, sollte ich hier schreiben. 2A1 mal A3 ist gleich 0. Und 2 mal A1 mal A4 ist gleich 0. Und was wir dann hier haben, ist ein Gleichungssystem. Und das Gleichungssystem können wir lösen. Und hier vorne in jeder Zeile steht A1 ist gleich 0 oder A2 ist gleich 0. Hier steht dann A1 ist gleich 0 oder A3 ist gleich 0. Das heißt, entweder wir sagen A1 ist gleich 0, oder wenn das nicht gilt, dann können wir überall durch 2A1 teilen, dann haben wir hier A2 gleich 0, A3 gleich 0, A4 gleich 0. Das heißt, oder wir haben hier A2 gleich 0 und A3 gleich 0 und A4 gleich 0. Warum geht die hintere Lösung nicht? Die hintere Lösung geht nicht, weil wenn wir hier oben überall Nullen einsetzen, steht hier oben in der obersten Gleichung A² ist gleich minus 1. Und das ist nicht erlaubt. Die erste Zahl hier soll nämlich eine reelle Zahl sein. Das heißt, die hintere Lösung führt zu einem Widerspruch. Und was ist denn mit dem vorderen Teil hier vorne? A1 gleich 0. Mit dem vorderen Teil, der ist auf jeden Fall möglich. Dann hätten wir da stehen, und zwar folgende Gleichung. A2² plus A3² plus A4². Und das Ganze ist gleich 1. Und das hier vorne ist eine sehr, sehr interessante... Gleichung. Denn sie wird von folgendem mathematischen Objekt erfüllt. So, da muss ich jetzt meine Zeichenkünste wieder auspacken. Ich glaube, ich habe über die Jahre, habe ich ein bisschen... meine Zeichenkünste ein bisschen verloren. Ich konnte mal eindeutig besser zeichnen. Was wir dann hier haben, ist eine... Das geht hier schon mal ein bisschen runter. So, das geht hier runter. Das geht hier runter. Das geht hier rüber. Hier geht es unten. Das geht da hinten rum. Vorne geht es da hin. Da rum. Hoch. Und hier runter. Was wir dann haben, ist eine Sphäre. Jetzt müsste ich es eigentlich noch ein bisschen perfekter zeichnen. Aber übrig bleibt im Endeffekt eine dicke, fette Sphäre. Eine Sphäre, die in hohl ist übrigens. Nur, dass das klar ist. Hier steht nicht kleiner gleich 1, sondern hier steht gleich 1. Das heißt, was wir haben, ist irgendeine seltsame Gleichung, die uns eine ganze Sphäre von Lösungen liefert. Das heißt, es sind nicht eine Lösungen, nicht zwei Lösungen, nicht drei Lösungen, nicht vier Lösungen, sondern unendlich viele Lösungen. Interessant wird es aber noch, wenn wir sagen, a3 soll gleich 0 sein und a4 soll gleich 0 sein. Dann haben wir a² ist gleich 1. Und das ist lösbar mit a2 ist gleich plus minus 1. Das heißt, mit a0 zusammen und die beiden 0 hätten wir dann da vorne die Lösung plus minus i. Und ihr wisst vielleicht, dass wenn wir plus minus i haben, dass das zu Quadrat, plus minus i zu Quadrat, ist gleich minus 1. Das war unsere eigentliche Lösung. Und das können wir jedes Mal machen. Hier würden wir uns dann zum Beispiel die i-Achse raussuchen und würden gucken, wo das hier die i-Achse schneidet, wo nur i vorhanden ist und die anderen beiden nicht. Das hier ist i. Wir könnten das auch bei der j-Achse gucken oder bei der k-Achse. Überall würde das gleich herauskommen, dass die plus minus j oder plus minus k ist. Das ist aber immer die Identität von denen. Das heißt, das ist eine ganz interessante Sache, womit man sowas nochmal überprüfen kann. Interessant sind noch Sachen, wie man zum Beispiel den Realteil oder den Imaginärteil eines Quaternions rauskriegt. Den Realteil kriegt man relativ einfach raus. Also den Realteil von einem Quaternion x kriegt man raus, indem man, jetzt wird es interessant, dann nimmt man den x-Vektor, das ist der hier, und dann guckt man sich an, oh, die hinteren Teile sind immer genau negativ. Das heißt, wenn wir die beiden addieren, kriegen wir nur den vorderen Teil raus. Das ist a1 plus a1, das ist zweimal a1. Das heißt, wenn wir x, den x-Vektor, plus den x-konjugierten Vektor nehmen, dann bleiben nur zweimal a1 übrig. Aber wir wollen ja nur den reellen Teil haben. Das heißt, hier vorne kommt noch ein halb vor. Das heißt, da bleibt dann nur a übrig. Während wenn wir den Imaginärteil nehmen wollen, von unserem x-Vektor, dann können wir das auch machen. Hier müssen wir aber ein halb x minus x-konjugiert nehmen. Was dann passiert, ist nämlich der erste Teil kürzlich weg. Bei allen anderen wird das Minus zum Plus, dann haben wir hier 2i mal a2, 2j mal a3, 2k mal a4. Und das sind dann genau die imaginären Teile. Man kann auch übrigens ein Gesamtskalarprodukt definieren. Das heißt, nicht nur, wie wir es, wo haben wir es denn gemacht, wie wir es hier rechts gemacht haben, ein Skalarprodukt der Vektoren hier vorne, die da unten drunter stehen, sondern man kann auch ein Gesamtskalarprodukt definieren von gesamten Quaternionen. Das Gesamtskalarprodukt von Gesamtquaternionen sieht dann so aus, dass ich ein bisschen ranzoomen muss, erst mal so. Das Gesamtskalarprodukt von a mal b sieht dann so aus, dass wir einfach die einzelnen Koeffizienten einfach alle aufaddieren. Das ist a1 mal b1 plus a2 mal b2 plus a3 mal b3 plus a4 mal b4. Das heißt, was wir auch hätten machen können, das heißt hier mit dem dicken, fetten Punkt, das ist das Skalarprodukt von Quaternionen. Was wir auch hätten machen können, um die Norm eines solchen Quaternionen zu definieren, ist also die Norm von einem Quaternion a, ist also auch gleichzeitig die Wurzel aus a mal mit dem dicken, fetten Skalarprodukt a. Das heißt, es gibt einmal ein Quaternionenprodukt und dann gibt es noch ein Skalarprodukt von zwei Quaternionen. Nicht verwirren lassen. Das ist verwirrend. Ja, definitiv, das ist sehr verwirrend sogar. Aber, ich habe ja hier gesagt, es gibt eigentlich nicht nur ein Skalarprodukt, ein Quaternionenprodukt, sondern es gibt noch mehr Produkte. Das heißt, es gibt einmal das Produkt mit einem Skalar, es gibt dieses Skalarprodukt und es gibt ein Quaternionenprodukt. Das heißt, da muss man ganz deutlich aufpassen. Und weil das natürlich noch nicht verrückt genug ist, das ist noch nicht verrückt genug, gibt es davon auch noch ein Kreuzprodukt. Jedoch ist das Quaternionenkreuzprodukt einfacher definiert als das Skalarprodukt. Das Quaternionenkreuzprodukt ist einfach so definiert, dass das hier vorne das Kreuzprodukt der beiden Quaternionenvektoren ist. Das heißt, der beiden Imaginärvektoren. Das heißt, das ist eigentlich noch relativ einfach. Noch eine andere interessante Sache ist, dass, wenn wir das x konjugiert, also das Quaternion konjugiert, mit unserem Quaternion multiplizieren, was ja im Endeffekt unser Norm von dem x hier vorne ist und das zu Quadrat, dass wir hier dann zusätzlich so dieser Schreibweise auch noch diese Schreibweise haben. Und ihr denkt euch wahrscheinlich wieder, hör, was ist das jetzt für ein Schwachsinn? Schreibt es nochmal genau das Gleiche hin. Aber aufpassen, das hier vorne ist, das vertauscht. Das heißt, hier bei der Norm selber gilt die Vertauschbarkeit. Und das führt zu einer ganz interessanten Sache, die ich vorhin vielleicht schon hätte erwähnen können, sollen, dürfen, wollen, machen, sollen, überhaupt. Und zwar, dass wenn ich ein Quaternion nehme und das mit dem Quaternion minus 1 multipliziere, dann ist das das Gleiche, als würde ich das Quaternion minus 1 mit dem Quaternion multiplizieren. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine unglaubliche Sache eigentlich, so was. Das folgt dann über die Definition unseres x hoch minus 1, die hier oben steht, irgendwo hier vorne. Hiervon folgt das dann. Hier raus folgt das dann, sollte ich ja sagen. Und das ist auch nochmal eine interessante Sache. Das ist natürlich 1 in diesem Falle, weil das multipliziert mit dem Inversen davon ist natürlich immer 1. Und deswegen darf man auch das Rechtsinverse und das Linksinverse einfach das Inverse nennen. Wie ich es vorhin einfach gemacht habe, ohne das zu beweisen. Und das ist natürlich ein großer Fehlschlag. Natürlich gibt es jetzt noch tausende von anderen Sachen, die man hier vorne noch zeigen könnte. Zum Beispiel, was man da zum Beispiel mit Vektoranalysis machen kann und viele andere schwierige Sachen eigentlich. Und letztlich, ich werde aber einfach mal, so dreist wie ich bin, sagen, dass ein 50 Minuten Video gerade noch so lang genug ist. Und wir werden uns angucken, was wir heute gelernt haben. Und das war eine ganze Menge. Auch wenn das gar nicht so aussieht. Und zwar haben wir gelernt, dass die Quaternionen eine Übermenge sind zu den komplexen Zahlen. Wir haben gelernt, wie die Quaternionen dargestellt werden und wie sie überhaupt definiert sind. Was da der Gedanke hinter ist und wie man drei verschiedene imaginäre Einheiten hat und wie diese drei imaginären Einheiten zusammenspielen. Und wir haben gesehen, dass der ganze ergibt einen Vektorraum, in dem verschiedene Operationen definiert sind. Und dann wollten wir über die Operationen sprechen. Das ist einmal das Plus-Skalarmultiplikation, also eine Multiplikation mit einem Skalar, sollte ich sagen. Eine Skalarmultiplikation und eine Quaternmultiplikation. Die einfach, die Plusrechnung ist das, wie wir es einfach uns denken. Der Realteil wird addiert, die Komplexvektoren werden addiert. Und die Multiplikation ergibt eine ganz schwierige Formel. Aber was man bei der Formel eigentlich nur sich, woran man bedenken muss, ist, dass man einfach die Dinger hier richtig identifiziert. Das heißt, alle J mal Ks oder K mal Js oder wie auch immer die verbunden sind, fasst man zusammen, dementsprechend nach dieser oberen Tabelle hier vorne. Und fasst dann hinterher alle Sachen mit Mi zusammen, alle Sachen mit J zusammen, alle Sachen mit K zusammen, alle Sachen, die real sind, zusammen. Und kriegt dann wieder einen Vektor aus dem Hamilton-Raum hier vorne, also Quaternion. Interessant ist, das Ganze kann man auch über diese Vektorschreibweise schreiben, indem man zuerst die Skalar multipliziert und dann minus das Skalarprodukt von dem Imaginärvektor nimmt. Und das Ganze dann über, und zwar dem ersten Skalar mal dem zweiten Vektor, plus dem zweiten Skalar mal dem ersten Vektor, plus das Kreuzprodukt von den beiden Vektoren. Das ist dann der untere Imaginärvektor der neue. Und was man dann noch zeigen kann, ist zum Beispiel, dass die Multiplikation hier nicht kommutativ ist, deswegen nennt man das auch ein Schiefkörper übrigens. Und was man dann noch zeigen kann, ist zum Beispiel, was hier das Komplektkonjugierte ist, was die Norm ist, was ein Einheitsquaternion ist oder auch ein Versor, was ein inverses Element ist, dass das Inverselement egal ist, ob es rechts oder links ist, was der Realteil ist, was der Imaginärteil ist, wie man die schreiben kann. Dann kann man sich angucken, wie man solche Lösungssysteme hier vorne ausnutzt und was das für eine Form ergibt, und zwar eine Sphäre und warum die Sphäre Sinn macht. Das heißt, wenn wir die Sphäre zum Beispiel mit J und K Teil gleich 0 setzen, dass wir dann plus minus I kriegen. Und wir wissen ja, dass plus minus I Quadrat gleich minus 1 ist. Und das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe mal, die 54 Minuten waren gut genug. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich an TheFreddy. Ja, er hat wirklich so einen langen Namen, der mir die Frage gestellt hat. Ich kann die Frage nochmal vorstellen. Hi Nils, kennst du dich mit Quaternion aus? Und wenn, könntest du dazu auch ein oder zwei Videos machen? Ich habe jetzt ein Video gemacht, dafür ist das besonders lang. Und er wird sich darüber freuen, findet das ganz interessant. Es tut mir leid, dass es erst ungefähr einen Monat jetzt gedauert hat. Und ihr werdet euch fragen, warum einen Monat? Was ist da zur Hölle los? Und ich kann nur sagen, es tut mir leid, dass es einen Monat gedauert hat, aber manchmal ist das einfach so. Da ist die Zeit und ja, es war sehr viel los. Ich war gestern noch bis 5 Uhr morgens wach. Also heute, heute war ich bis 5 Uhr morgens wach, weil ich noch irgendwelche Aufgaben erledigen musste. Ich bin dann um 9 Uhr wieder aufgestanden und bin schon seit 5 Stunden hier am Machen. Bzw. seit 4 Stunden bin ich am Machen und dann habe ich eine Stunde lang jetzt aufgenommen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß.